Willkommen zurück Leute, hier sind wieder Mario und Dalokard und es geht weiter mit dem dritten Part von Borderlands 2 So, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen Hallo Ist ja bei dir auch zu schla- Sind die bei dir auch manchmal schon verbrannt, wenn ich sie abgefackelt habe? Was denn? Die Leichen, die eine Leiche war ziemlich verbrannt Kann ich diese auch so verbrennen noch? Ne Jetzt haben wir Waffen zu schmeißen Geld Das Waffe schmeißen macht mehr Damage, als damit sie schießen Aber wieder dieses Typische Jetzt wissen sie aber alle Jede einzelne Aktion in diesem Spiel gibt ein Achievement Ich habe die Pistole aufgehoben, das gab dafür einen Challenge-Fortschritt Duckjumps Wie gesagt, bei mir könnt ihr das Spiel allgemein zweimal sehen Ich spiel das ja einmal zusammen hier mit dem Maru Und einmal mit Marvzock, Smoky und Kreis Ich stecke jetzt rein Oh Oh Gut Jetzt können wir den Regen sehen Deswegen, wenn es auch irgendeine Erklärung mangelt So, dann schauen wir euch mal das andere Let's Play zur Not auch noch an Ich spiel das ja hier mit Maru zum zweiten Mal Dann wird das da ein bisschen besser erklärt Ist auch ein bisschen schwer immer so zu tun, als wenn man alles zum ersten Mal gesehen hat Der könnte es insgesamt dreimal sehen auf unseren Kanälen dann Vielleicht sogar später fünfmal, wenn der neue DLC rauskommt Hey Tschüss Hey Okay, ich zieh mich da hoch Schade, ich kann nicht ziehen neben der Fahrstuhl noch unterwegs ist Hallo Oh Oh Okay, da habe ich jetzt Schönen guten Tag, ich bin der Ladenbesitzer Okay Äh Wir können das Radiosender wechseln Aber jetzt kommt nichts, oder? Ach jetzt Schön hart rocked Jetzt ist es bei mir hart Kürzlich tot Ah Ich kann das Schild müssen wir kaufen, oder? Äh Ich weiß nicht, ich kaufe ein Schild Ja Gut gemacht Ich bin fertig Jetzt, wenn du auf Eliasburg zurückkommst, können wir sehen, wie du dich aus diesem frischigen Gläser Ja Hat er es jetzt gekauft, weil ich doch mit draufgefliegt habe, oder nicht? Äh, es kann, wenn nur einmal da war, dann habe ich es jetzt leider gekauft Ne, du hast das große gekauft Das ist alles sowieso der Tank-Van Äh, ne, ich habe ein klein normales Schild gekauft für mich, weil es auch besser ist Kann ich ja mal wieder verkaufen, irgend Ah ja Äh, Inventar Oh, ich habe einen Revolver, der so schnell schießt, wie ich den Knopf drücken kann Na, die Goldene Waffen kann ich auch schmeißen Oh, Autofeuer macht IQ hoch Oh, das schicke Haare weg Weißänder, weiter Okay Hallo, Hinterausgang Geld entboxen Munition, oh, noch mehr Geld Das ist so einladen, dass man um das Haus drauf kann Aber das bringt nichts Oh, oh Oh, es gibt keinen falscher Hand Oh, da ist eine Waffenkiste Oh, frech Wo ist das drin? Ich fach grad auf Äh, Schilde Ein schnelles Schild Ein läscheres Schild Und ein schnelles, ne ein Speedy Schild Wie viel so an sich Kapazität? 85, 101 und 87 sind alle scheiße Äh, einer ist grüne, aber die anderen beiden die beiden weiß und dann ist es fair verteidtes Geld Stimmt das gut, ne? Kommst du Hier einmal rüberlaufen Hier runter dann Jetzt bin ich verwirrt Hier Da ist jetzt schon alles weg Ne Egal, ist Geld mäßig meine ich Ich will doch von dem Haus springen So ein richtig komplett runter So ein richtig komplett runter Muss man nochmal hochdauern Okay Yeah Das gibt wirklich keinen falscher Nicht mal jetzt überlegen Soll ich hinterherstecken? Soll ich hinterherstecken? Schauen wir Tastes aus Versehen Okay Ich bin still da zu Ich bin ja Kacken drauf Das ist ja schön, das fahren wir mal auf dem Kann ich nochmal bei 5$ durchgucken? Ja, nein Ja Da lag ne Geldkiste, die bestimmt 5$ drin sind 1$ 1$ 1$ Ich brauche schon wie die Schneeflocken mal auf dem Gesicht zerplatzen Isar Sarahamed Jack Bullets Ho Bullets Ho Ein Skin Für den Gun Söger Also das wurde wahrscheinlich nicht für dich bekommen Warte, darf ich mal kurz machen? Ähhhh Ehhhh Bin unlocked Bestandbar mit Wahrscheinlich hab ich das auch unlocked Dann wollen wir mal schauen was es ist Bevor wir Die Blackburn Cave Erreicht haben Als nächste Mission übrigens Wie ist es die nächste? Und zwar sind noch nicht was Ah steht sogar da Ah toll Amarillo Komplett in grün Super schön Ach ist es nur eine Farbe? Gut dann gucke ich gar alles nach Schwing fällt blau So was haben wir jetzt als Quest? Vielleicht ist ja von den Far- äh von den Levelstufen her Eine andere jetzt gerade besser Die eine sind beide Level 5 Es gibt eine unbekannte Level 3 Quest, aber die kann man nicht auswählen Dann wollen wir mal Best Minion Ever jetzt machen Weil die haben jetzt schon länger Ja Und das ist ja auch hier Hallo Minion Ich hab' allen Ja Ich hab' allen Ja Und ich hab' die Schicksal Und ich hab' die Wir haben jetzt schon wieder Schick' Los, klar, los! Be careful, take you down Boom Boom! He's one of the Ripper clan! As in, Flash Ripper! I don't have to tell you why they're called Dad! Hey! How did... How did these bristles suck? How's your day been, buddy? We haven't really talked much since I left you for Dad! Hey, you think you'll freeze to death out there? Nah, probably not. Bandits will get your first. Well Dad, I've been pretty good. Just bought a pony made of diamonds. Heh, because I'm rich. So, you know, that's cool. Okay, bye! Heh. Protect me, Squire! Heh heh. That's a nice clip. Oops. Oops. My shield has exploded. Idiot. Ah, here we are from Helena Pierce. What happened to Helena Pierce? Helena Pierce. We've hijacked the train that runs through the duck. I'm rocking my brain trying to think of a name for that diamond pony I bought. I was gonna call it piss for brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, hey, butt stallion? Yeah, that's even worse. I'll tell you what, I'll give you some more thought. He had Helena underbrochen, the arsh. We didn't know what Helena said. I got caught on him. I got caught. I got caught on him. I got caught on him. Okay, I got caught on him. Okay, let's get caught on him. There's a last kill. Ich bin da. Wir werden gut sein. Ja. Du hast mich frei, ich kann die anderen verlieren. Brenn, Cheval. Ach, ich will wieder meine Deckung. Ciao. 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 Ich habe den Bubi. Oh. 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 Hey, Leute. Du hast den Wein. Okay. Okay. So, wir haben eine andere Quest gerade aktiv, die sind mit Elena und Pierce. Die sind auf Level 3, glaube ich. Da ist die Waffenkiste. Okay. Wieder mit Schilden. Ein dickes Schild, aber mit langer Ladezeit. Ein Schild mit schneller Ladezeit. War für dich zu schlick. Also wenn er entfüllt, dann sucht er uns aus. Mal gucken die Geldwerte an. Na, nehme ich das da. Wollen wir dann erstmal kurz den Audiolog machen? Weil er da hinten ist. Ja, mach mal hinten. Kommt mir gleich wieder erklärt. Ja, ja. Warte wieder. Ich mach mal eine Feuerpiste, die ist schön stark. Was nachkommen wir überhaupt richtigen... ...Kabiert sie dafür? Ja. Ja. Okay, sprinten wir. Ja. Bist du eigentlich ein Zwerg? Ja. Okay. Hey everybody! How are you? Jack here! Nobody moves! What is the meaning of this? I'm sorry. What was your name? Pierce. Well, Miss Pierce. And please don't tell me it's Mrs. Pierce and break my heart. This train doesn't belong to you. So why don't you turn around and face me, Pumpkin. This train was commentered legally under the... Holy nut balls! What happened to your freaking face? What a dick. Okay, next audio lock. But at least there is a wallpist in there, that just only works in English. With the Mrs. and Miss. Yeah, but... Maybe he says in German, Fräulein and Frau. Okay, how about this? Lady? I don't even know what to call you. You tell me why you look like you had headbutted a belt sander, and I'll let all you go right now. My husband gave me a Skag pearl ring. The pearl released hunger-inducing pheromones. Oh, you know what? I am so sorry. I just... Forgive me. Where's your husband now? He's dead. That is a heartbreaker. But... You got something in common with him now at least! Hehehe. Alter. So ein Arschloch. Was... And I just didn't... How was you have thought then... Oh! Die historical cast Kayola is in English. Oh! Dicke des Quest-Symbols, ja? Also oben drauf ist es auf jeden Fall nicht. Hab's gefunden! Sie stehen vor dir, du. So, jetzt können wir uns das aussuchen. Naja, nehmen wir die schlechte Routine dafür, dass es mehr Geld wert ist, weil ich brauch' beide nicht. Oder mehr Crit-Damage, aber ich denke, dass es mehr Geld wert ist. Und ab und laden damit. Oh, da ich noch Shit-Gänger verpicken. Warte an dem Fernlauf. Jep. Äh, muss noch meine Customization lernen. Ah, du nimmst die Platz weg, die Customization? Kann ich die irgendwie benutzen? Ah, da wurde Krieg gebraucht. Niemand hier ist an einem Siren. Halbe die Leute, die ich kennengelernt wollen, wollen mich beobachten. Die andere halbe wollen mich zurück in Hyperion. Warte kurz. Warte kurz. Du hast einen Audio-Lock in der Tasche. Du bist wie ich selbst. Doppelklick drauf. Warte kurz. Doppelklick drauf. Doppelklick drauf. Doppelklick drauf. Mit der Wiffen der Macht wird es schraubt, und schraubt, und schraubt, und schraubt und zu schraubt, und zu schraubt, ein paar Mal wieder. Ich will jede Part von dieser Sprache. Danke für die Tipp, amigo. Ihr Delütend Psycho-Pack. Als ich zurück mit meinen Männern, wir werden wieder mit Reinforcern kommen. Und du und alle in dieser Schraubende Stadt, all die Männer und all die Kinder, alle werden die Kinder schraubt. Wo bist du? Hinter dir. Nichts verlassen. Granate! Oh, das war eine Granat, wenn sie aufhebt. 6 HP. Oh, das ist wirklich ein Arschwert. Das ist wirklich ein Arschwert. End his other brother boom. Big Börter! Auf die Big Börter schießen. Ja, mach ich. Den kann sein wie du, oder? Oh nein. Jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ich muss kurz räumen. Aber der Kanone ist nicht da. Und der Spieler ist noch hier. Aber jetzt ist der Sack gesucht. Heilung! Ja, ich bin lieber in Deckung. Ja, ich bin lieber in Deckung. Ich bin lieber in Deckung. Ich bin lieber in Deckung. Er schießt vier weiter auf sie. Okay. Okay. Na. Ja. 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 Ich bin geschlagen. Ich bin geschlagen. Hier liegen ein paar Granaten. Sie haben eine grüne Granate. Ah. Chaos ist Sämre. Willst du die nehmen? Oder soll ich die nehmen? Eine Granate habe ich schon. Okay, dann nehme ich mal. So, ich habe Level Up. Wir können was lernen. Okay. Wir werden uns ein Facelock aus meiner. Damit kann ich Gegner in die Luft heben und Stunnen. Und wenn es Bosse sind, mache ich damit Schaden. Ich kann Enrage gehen mit zwei Waffen in der Hand und dann geht die Party ab. Zeit Regeneriere ich HP und kriege weniger Damage. Okay, also in Close gibt es Waffen. Wir müssen den Part auch leider schon wieder beenden. Kurz noch die Waffen angucken. Ich habe den Part und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.